Den Kindern in der Demokratischen Republik Kongo wird seit Jahrzehnten die Zukunft genommen. Krieg und Armut nimmt Millionen von Mädchen und Jungen die Chance auf Bildung. Es mangelt an Schulen, Ausstattung und Lehrern. Bien Aimee ist eine der Glücklichen, die in die Schule gehen kann. Ihre Eltern können nur mit Not das Schulgeld aufbringen. Wir haben nicht viel Geld. Von den wenigen, was wir verdienen, zahlen wir die Schulgebühren. Gemeinsam mit unserem kongolesischen Projektpartner Rio vergeben wir deshalb Stipendien an Schülerinnen, deren Familien sich den Schulbesuch nicht leisten können. Zudem helfen wir 200 Schulen mit Schulmaterialien, wie zum Beispiel Schulbüchern oder Laptops und Weiterbildungen für Lehrer. Ich mag die Schule, weil sie uns bei vielen Dingen hilft. Wenn man nichts lernt, kann man es im Leben zu nichts bringen. Wenn man etwas gelernt hat, kann man später viel leichter Geld verdienen. Bitte helfen auch Sie, damit die Kinder und das Land eine Chance auf Zukunft haben. Spenden Sie jetzt!